Der DRT für Einsteiger war ein gelungener Auftakt und Treffpunkt für Erstteilnehmer und Berufseinsteiger. Frisch und flott ging es tabula rasa durch diverse Themen. Ein Beispiel. Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen einige Worte noch gerade sage zur Arbeitsgemeinschaft Allgemeinanwalt. Alle sagen immer, der Anwalt muss sich spezialisieren und nur der Fachanwalt ist ein guter Anwalt und und und. Und da sagen wir, jett. Natürlich suche sich jeder Anwalt bestimmte Nischen im täglichen Geschäft. Diese Nischen seien aber nicht beschränkt auf die Fachanwaltschaft. Praktischer Tipp die zweite. Mit der Mailing-Liste sind die jungen Anwälte besonders gut vernetzt. Und dort kann man Fachfragen einstellen, die Mitglieder des Forums. Und andere Mitglieder geben Ihnen dann binnen kürzester Zeit eine Antwort auf Ihre Frage. Sollten Sie auch bestimmte Literatur- oder Fundstellen benötigen, können Sie dorthin mailen. Liebe Leute, ich brauche die Fundstelle aus der NJW irgendwas, Seite so und so. Wer kann mir die kurz schicken? Oder wer von euch hat Back Online oder die NJW Online gerade parat? Und wäre so nett, mir das auszudrucken. Sie werden überrascht sein. Bin, na, sagen wir mal, 20 Minuten, höchstens eine Stunde haben Sie die von Ihnen gewünschte Fundstelle bei Ihnen auf dem Fax. Und weiter aus dem Nähkästchen. Diesmal ein Tipp aus berufenem Richtermunde. Wie mögen die Vorsitzenden die Schriftsätze, wenn man das so pauschal sagen kann? Zu empfehlen ist eine ausgewogene, aber nicht langweilige Sprache. Natürlich hat man Emotionen, gerade beim Diktieren. Deshalb würde ich jedem empfehlen, der temperamentvoll ist, am Abend zu diktieren und am nächsten Tag das nochmal in aller Ruhe nachzulesen, bevor der Schriftsatz dann korrigiert an den Mandanten oder bereits an das Gericht geht. Und dann vor Gericht selbst? Da kann man durchaus von Hollywood lernen. Da treffen sich bekanntlich ja nicht nur die Schönen und Reichen, sondern auch oft sehr begabte Schauspieler. Ohne rhetorische Schulung ist meines Erachtens keine Verhandlung, also über Vollverfahren nicht notwendig. Das habe ich sehr, als ich noch nicht so unterwegs war, sehr am eigenen Leib negativ erfahren. Das Fazit, diesen DRT für Einsteiger gab es in München zum ersten, aber sicher nicht zum letzten Mal.